Alle Maschinen los! Wahnsinn, die ist so unglaublich schnell. Ich kann sie trotzdem schlagen beim Rennen rund um Sodor. Kana hat gesagt, dass ich die Regeln machen darf. Was? Ehrlich? Das stimmt. Na schön, Kana. Eine Runde über ganz Sodor. Wer zuerst bei Percy ist, gewinnt. Also, ich bin soweit. Regel Nummer 1. Wir starten, wenn Percy lossagt. Also, wann starten wir, Percy? Wenn ich, äh, lossage? Du hast losgesagt! Er darf die Regeln machen. Denn sonst wäre ich sowieso viel schneller. Bis später! Wir sehen uns noch viel! Oh nein! Was stimmt denn nicht? Alles, was nicht stimmt, ist, dass du gewinnst. Jedenfalls bis jetzt! Ha! Natter Versuch! Neue Regeln! Du musst leider die lange Strecke fahren. Überhaupt kein Problem! Hallo! Wo hast du gesteckt? Neue Regeln! Man darf nur auf den Rädern einer Seite fahren. Auf der Seite oder auf der? Neue Regeln! Neue Regeln! Man muss rückwärts fahren! Wiesel, ich bin einfach viel schneller als du. Aber du bist stärker als ich. Also, wie wär's, wenn wir einfach unentschieden sagen? Neue Regeln! Der, der als Zweiter ankommt, gewinnt! Okay! Stärker bedeutet, auch schwerer. Wow! Und schwieriger als du brandstern! Alles in Ordnung? Ja, aber nächstes Mal geht's darum, wer von uns mehr Kraft hat. In Ordnung. Aber dann bestimme ich die Regeln. Ja, okay! Na klar! Schon gut. ? Vall 0 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020